Also hier auf der Hannover Messe 2016 dreht sich ja wieder vieles um die Digitalisierung und darum, Kundenindividuelle Wünsche natürlich so gut wie möglich zu erfüllen. In der Fertigungsindustrie, oder in der Industrie 4.0, steht natürlich das Thema Digitalisierung auch im Vordergrund und hier werden natürlich auch die Prozesse von Logistik, Fertigung und auch die Kunden natürlich eingebunden und mithilfe von moderner Informations- und Kommunikationstechnologie eng verzahnt. In dem Zusammenhang ändern sich die Anforderungen an die Kommunikationstechnologie, an die Kabel- und Verbindungstechnologie natürlich enorm. Steigende Datenraten erfordern natürlich hochperformante Netzwerke und die müssen natürlich dann auch für die raue Industrieumgebung geeignet sein. Das heißt, auch hier brauchen wir eine komplette Durchgängigkeit über alle Kommunikationsebenen hinweg. Hier bietet die Labgruppe natürlich ein umfangreiches Sortiment an Profinet-Leitungen, an den anschlussfertigen Konfektionen und auch an konfektionierbaren Steckverbindern an, sei es Kupfer oder LWL, die natürlich dann auch in unserem eigenen Testzentrum auf Herz und Nieren geprüft werden und dann in der raue Industrieumgebung natürlich dann optimal vorbereitet sind. Zur diesjährigen Hannover Messe stellen wir heute unseren neuen Epic Data M12D vor. Das ist ein dekodierter Steckverbinder, der sich schnell und einfach im Feld konfektionieren lässt. In drei Schritten lässt sich hier die Montage im Prinzip durchführen. Zuerst wird das Kabel eben abgemantelt, anschließend wird auf den Ader-Manager aufgeführt. Auf dem Ader-Manager haben wir eine zusätzliche farbliche Kennzeichnung, um eine eindeutige Zuordnung von den Adern zum Kontakt herzustellen. Abschließend wird das Gehäuse nur noch auf den Ader-Manager aufgezogen, verschraubt und fertig. Damit lassen sich alle möglichen Leitungen im Prinzip anschließen, von der klassischen Profinet-Leitung mit AWG 22 bis hin zu dünnen Leitungen bis AWG 26. Mit dem neuen Epic Data sind dann Übertragungsraten bis 100 MBit möglich und auch eine Schutzklasse bis EP67 im freien Feld.